Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, machen wir heute mal ein Wort zum Sonntag. Eigentlich wollte ich mich mit meiner Erkältung ausruhen, aber da fällt mir bei Twitter ein Tweet auf, das mich doch ziemlich erzürnt. Es stammt von der CDU Deutschlands und Sie sehen es hier eingeblendet in dem Videofenster. Es ist ein Tweet, vier Zeilen und acht Lügen vor dem Wahlkampf natürlich. Da könnte man einiges abziehen als Bonus sozusagen, aber gehen wir mal die Punkte Punkt für Punkt durch. Wir werden grundsätzlich, grundsätzlich CDU. Das ist hier schon der erste völlige Widerspruch bzw. eine glatte Lüge, denn an dieser Partei ist überhaupt nichts mehr grundsätzlich. Sie hat sämtliche Konturen, die sie mal hatte, aufgelöst. Selbst das Konservative wird bestritten. Das C verstehen viele in diesem Namen gar nicht mehr. Und die Partei ist auch so weit verschoben worden nach links von Angela Merkel, dass selbst die Adenauer Stiftung in einer Studie vor zwei Jahren war, das glaube ich herausgefunden hat, dass die Partei ihre eigenen Mitglieder links überholt hat. Dabei haben wir eine Kanzlerin, die sozialdemokratische Politik macht sechs wichtige Ministerien im März vor einem Jahr an die Sozialdemokraten vergeben hat und deren Kanzleramt auch noch grün angemalt ist. So viel zum grundsätzlichen Punkt zwei. Diskutieren. Ich sehe nicht, wo da viel diskutiert wird. Dieser Eindruck wird natürlich erweckt, wenn man Parteitage austrägt und die dann im Fernsehen überall zeigt. Aber wann sehen wir denn mal die Kanzlerin zum Beispiel, wenn sie ihre Politik erklärt? Da tritt sie gerne auf mit Moderatorinnen, mit denen sie gut kann, mit ausgewähltem Zuschauerpublikum und Fragen, die vorher abgestimmt wurden oder die zumindest nicht so weit gehen, dass man sagen könnte, da ist sie endlich mal gegrillt worden. So ist das mit dem Diskutieren. Dann der Punkt drei. Die Sicherheit. Wer meine Bundeswehr, die kann man im Großen und Ganzen vergessen. Das darf ich ruhig so flapsig sagen bei den ganzen Meldungen, die wir sehen. Auf die Bundeswehr kann man sich nicht mehr verlassen zur Landesverteidigung, zur Abschreckung. Die Sicherheit nach außen ist einfach nicht mehr existent. Da wird jetzt neuerdings über einen Flugzeugträger geredet, aber ein Segelschiff kann man nicht in Ordnung bringen. Das ist der Stand der äußeren Sicherheit. Die innere Sicherheit. Da kennen wir die Schlagworte Clans, die ganze Stadtviertel beherrschen, zunehmende Gewalt gegen Frauen, Messerstechereien, so viele, dass wir das fast täglich irgendwo sehen. Oft natürlich in den sozialen Medien und sehr wenig in den Mainstream-Medien. Und da hat man den Eindruck und nimmt das auch so wahr, das geht mir selbst so, dass die innere Sicherheit noch nicht so schwach war in den letzten zwei, drei Jahrzehnten oder weiter zurück. Ich kann mich jedenfalls nicht zurückerinnern, dass das mal so ein großes Thema war. Punkt vier der Frieden. Die Regierung unter Angela Merkel verdient ungefähr sechs Milliarden Euro. Fünf Milliarden Euro habe ich mir rausgesucht bei der Recherche pro Jahr mit Waffenexporten. Es wird zum Beispiel geliefert an Saudi-Arabien. Da gab es jetzt oder gibt es noch einen kurzfristigen Stopp, aber jahrelang wird das so gemacht. Und das ist Waffenlieferung oder sind Waffenverkäufe an ein Regime, das im Jemen eines der größten zivilen Massaker anrichtet, an die man sich auf diesem Planeten erinnern kann. So weiter geht's. Starke Wirtschaft. Den Eindruck haben wir im Augenblick überhaupt nicht mehr. Was lesen wir denn in den Nachrichten. Verbote, 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 Tempolimit, Dieselskandal. Menschen, die sich ärgern, dass ihre Autos an Wert verlieren. Und jetzt das, was dann folgen muss, nämlich Entlassungen eine schwächer werdende Wirtschaft. Siemens, VW, Bosch, das sind nur die drei bekanntesten Beispiele von Entlassungen, die in den vergangenen Tagen und Wochen angekündigt worden sind. Wir sehen, die Substanz dieses Landes dahinschmelzen. Ich darf an das letzte Video in diesem Kanal erinnern, wo wir das zitiert haben aus dem Morning Briefing von Herrn Steingart. Der hat mal für die Jahre, seitdem Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, also seit 2005 nachgerechnet, wie das allein mit der Energiewende war. Die großen Energieversorger sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Strompreise für Industrie plus 95 Prozent, für die privaten Haushalte plus 65 Prozent. Die Grünflächen zubetoniert mit großen Stromtrassen oder Windanlagen. Und trotz alledem hat man die Zusagen aus dem Klimaabkommen von Paris bei Weitem verfehlt. So sieht das aus. Und daraus folgt natürlich ein nachlassender Wohlstand. Wenn wir uns das mal anschauen, dieses Land lädt sich durch seine Elite immer mehr Verpflichtungen, immer mehr Verbindlichkeiten und Schulden auf. Sei das im Gesundheitssystem, bei den Renten, bei den Pensionen. Alles Mögliche haben wir da. Wir haben die ungedeckten, die unverzinsten und die auf ewig laufenden Kredite an den Süden Europas, die in der Target-Bilanz stehen. All das belastet dieses Land. Natürlich nicht jetzt, kann man sagen, aber ganz bestimmt in der Zukunft. Da geht es um die folgenden Generationen. Und die werden einige dicke Rechnungen präsentiert bekommen. Und die Wirtschaft, die starke Wirtschaft, die wir angeblich haben, die sieht man jetzt schon bröckeln. Und man kann sich vorstellen, wie das weitergeht. So viel zum Wohlstand. So, dann die Demokratie. Welche Demokratie haben wir hier denn, wenn die Parteien zum Beispiel über die Landeslisten 60 Prozent der Abgeordneten im Deutschen Bundestag bestimmen? Wenn sie diktieren, wie viele Frauen es im Parlament geben soll und damit eingreifen in freie, gleiche und geheime Wahlen? Und, und, und. Und wenn das Parlament oder die Bevölkerung, das Wahlvolk, das Souverän, bei großen Entscheidungen praktisch nicht mehr gefragt wird. Denken wir ans dritte Hilfspaket für Griechenland? Denken wir an den Euro? Denken wir an die Migration? Die Öffnung der Grenzen? Und, und, und. Und dann wird hier von Demokratie gesprochen. So, und das Letzte sind die Menschenrechte. Da muss ich nur zurückverweisen auf die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, an Gespräche mit den Chinesen. Da war das früher mal üblich, dass man auch die Einhaltung von Menschenrechten angemahnt hat. Das alles hören wir und sehen wir nicht mehr. So, und ein letzter Punkt fällt mir an diesem Tweet auf und der alleine wäre schon sehr skandalös. Hier wird an erster Stelle von diesen acht Punkten, die ich jetzt durchgegeigt habe, die Sicherheit genannt. Das wird stets bestritten, dass die Sicherheit ein gefährdetes Gut der Deutschen sei. In Umfragen macht man uns immer vor, ja, die Mehrheit, die hat ganz andere Prioritäten. Familie, Gesundheit, Hartz IV, was weiß ich was. Aber es wird immer der Eindruck erweckt, die innere Sicherheit, die steht für die Deutschen gar nicht so weit oben. Hier wird sie als erstes genannt in einem Tweet, der ganz klar auf die nächsten Wahlen zielt. Und damit räumt die CDU doch ein, dass sie weiß, dass die Menschen in diesem Land das umtreibt. Und die Demokratie, die wird im letzten Satz, in der letzten Zeile hier genannt. Und wir wollen eben auch Demokratie und Menschenrechte. Eben auch, dass es so eine Zutat in dem ganzen Paket. Nein, die Demokratie, die muss über allem stehen. Ganz oben, wie ein Polarstern. Hier genannt. Und wir wollen eben auch Demokratie und Menschenrechte. Eben auch, dass es so eine Zutat in dem ganzen Paket ist. Nein, die Demokratie, die muss über allem stehen. Ganz oben, wie ein Polarstern.